Die Feierstunde hat geschlagen, es ruht die geübte Hand. Nach harten, arbeitsreichen Tagen durch stolz der Richtbau, gut ins Land. Hier steht gar herrlich anzusehen, Gemeinde Starnsdorf wird es gerne sehen, die neue Lindenhof Grundschule. Auf starkem Beton und festem Grund, die Wände blicken in die Rund, in seines Fachwerks voller Pracht, recht als ein Meisterwerk draus gemacht. Damit für lange Zeit zum Nutz, der Schüler bietet sicheren Schutz. Es waren wackere Handwerksleute, die fest auf ihre Gunst vertraut. Drum wünschen wir, so gut es kann, so kräftig wie ein Maurersmann, mit stolz am vorgehobenem Blick der neuen Schule. Recht viel Glück. Nun nehmen wir das Glas zur Hand, gefüllt mit Wein bis an den Rand, oder in diesem Fall Schnaps. Und mit feurigem Saft der Reben wollen wir jedermann die Ehre geben. Sehr gut. Ey, ihr müsst diese Wackeln, dann klappt den nicht, ja? Wir müssen uns den Wunschmesser machen. Ja, danke. Ich bin von vorne an, ich komme. Was ist das denn? Wir können ja nichts mit dem Baum her.